Rainer und ich stammen aus einem kleinen Dorf tief in den Bergen im Südosten der Mauer Maria. Aber dort... Ja. Anders als in den Städten entlang des Flusses erhielten wir die Nachricht nicht sofort. Die Titanen haben uns völlig überrascht. Es war bei Tagesanbruch. Das Vieh war furchtbar unruhig. Wir hörten ein seltsames Rumpeln und die Erde begann immer lauter zu beben. Und irgendwann wurde uns bewusst, dass dies die Schritte von irgendetwas Großem waren. Ich... Ich öffnete das Fenster. Und dann... Ich bin ein seltsames Rumpeln.